Ich hatte alles, glaube ich, was man haben kann, also Kreuzbiss, Überbiss. Die Eckzähne waren ein bisschen weiter nach außen, die anderen etwas weiter nach innen. Im Verhältnis zu jetzt war es schlimm. Ich hatte dann drei Monate die festsitzende Zahnspange und dann die Invissele. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe und würde es auch jedem weiterempfehlen. Mein Zahnarzt war total begeistert, der konnte es gar nicht glauben, dass das meine Zähne sind. Endlich lächeln können, ohne Bedenken, sich nicht verstecken müssen, selbstbewusst sein, sich schöner fühlen auf jeden Fall. Ich bin sehr zufrieden mit dem ELTS-Institut und würde es jedem weiterempfehlen. Habe ich auch schon und bin happy. Ein schönes Leben Ein schönes Leben Ich bin sehr schönes Leben